hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge tom clancy's division mit mir dem rio und dem alcaramba hallo alcaramba der folgender plan wir werden jetzt zum hatzen safe house wandern wir haben dann nämlich noch eine mission offen bzw sagt er uns wir sollen dort hinlaufen wir haben jetzt für unsere operationsbasis keine wirklich große hauptmission mehr die wir hier in der umgebung machen können und haben die hoffnung dass wir in diesem safe house dann neue missionen uns annehmen können denn es gibt wohl pro safe house auch immer so eine art missionstafel zumindest glaube ich das und es wird ja auch ein grund haben warum wir die mission bekommen haben dass wir da hinlaufen sollen ja definitiv dementsprechend schauen wir mal was da so abgeht wir waren ja da auch noch nicht also vielleicht kriegen wir die eine oder andere nette überraschung ein beweis habe ich auch noch offen den ich auch diesen virus bereit beweis den können wir uns nachher mal angucken immer gerade noch mitbekommen haben durch die hauptmission ja ansonsten bin ich jetzt ausgerüstet mit einer neuen waffe das zeige ich mal kurz die schulflinte musste weichen ich habe jetzt die ska mit dabei und ihr seht dass ich habe sie mit einem laser pointer ausgerüstet dass eine modifikation die ich gefunden hatte die mir einen verbesserten schuss aus der hüfte ermöglicht eine verbesserte schießen aus der hüfte eine erhöhte präzision und meine lustig die haben wir schon mal erledigt die kerle da diesen hof den kenne ich war mal bestimmt da hinten sind noch waffenteile die weil das mal nicht aber nicht mitnehmen konnten sie sind verborgen die konnten wir letztes mal nicht mitnehmen und weil der frei weil der platz noch nicht eingeschaltet war der flügel okay alles klar und scharfschützengewehr ist übrigens auch neu das ist jetzt wieder ein ein ja kein semi automatisches sondern hinterlader ein hinterlader glaube das hört sich aber ganz schön homo an ja nennt man so und also einzel schuss und schuss hat da drin an der kammer da ist wieder irgendwo was macht dementsprechend wieder ein bisschen mehr schaden als vorher aber wie diese größte überall sind von der schlussfolge nicht so hoch ab dem status effekt ich sollte ein müßchen gegessen aber der geht auch von alleine weg ja wir sind hier im bereich wo vorhin schon so viele gangster waren und hier ist stau hier ist stau die wollten hier schon durch den linken ja aber da haben wir ja vorher auch schon mal in einer der folge ich vorherigen folgen haben wir da auch schon aufgeräumt aber jetzt wo wir jetzt hingehen da war man definitiv noch nie in unserem ganzen leben zuvor stelle ich mal die tür zu zack oder bis ein hund ans auto war nicht schlecht für eine hunde die streunenden hunde ja und dass wir von den safe häusern schnell reisen können das habt ihr auch schon gesehen also macht das durchaus sinn sich auch ein netz an safe häusern aufzubauen absolut dann relativ mobil wieder durch new york reisen kann was haben wir da drüben stoff entdeckt oh ja dann nämlich doch den stoff noch mit hallo stoff jo brandgranate ist auch immer schön leidungsgeschäft ja also jetzt kein harter stoff was aber hier ja rein guckt so da geht es wieder raus so aber dann noch mal hochschauen ja oben scheint noch was zu sein auf jeden fall zeigt er mir noch an dass hier noch ungeöffnete kisten rumliegen in dem raum wahrscheinlich habe ich sogar einen ratgeber überlebens ratgeber mensch er guckt einfach mal in den kühlschrank er muss ja gucken wenn hier was drin ist das ist eine gitarre hier noch ein raum kann man da rein ne sagt mir aber dass hier irgendwo noch zeug zum einsammeln kann man das vielleicht unten noch liegen lassen kann nicht sein oder und war eigentlich ganz soweit soweit ganz gut durch ja hier kann man rausgucken ist da irgendwo ein gegner wäre cool von hier runter zu schießen das wäre wäre nice hier oben scheint es auf jeden fall nicht weiter zu gehen ja muss es eigentlich unten sein aber irgendwie aber es ist nicht ausverkauft wegen vorbei willst das ist alles nur müll hat was ist hier schaut noch raus schaut nach bahnhof aus wo wir jetzt sind ja da gibt es rolltreppen alles klar zum safe aus schätzen das gehen so da sagt es uns schon wir sollen hat an sein neuerkampfgeist rettung ach so ja ich bin hier runter und da kam das gleich aber erst mal gehe ich jetzt glaube ich zum safe aus rein so habe ich das gefühl ja da ist das safe aus ja das ist das neue self aus hier scannt er jetzt dieses bord und da haben wir neue aufträge da gibt es auch ein waffenhändler das haben wir was ist er hier den einsatzbericht anfordern das kann man nicht da weil er gibt dann halt die hauptmission glaube ich ich habe jetzt da mal da gibt es nebeneinsätze mein lager ist leer der waffenhändler hat er was cooles wo geht sie hinten lang jetzt haben wir raus jetzt raus würde ich sagen was greifen wir die nebenmission an den kampf hier hinten direkts spielersuche da mal komme ich da ist das nicht da so kopfgeld wild child das wenn man ein blaues mal blaupause für ein schweres magazinfeder ja dann machen wir das insgesamt ganz nette hier vorne ist auch direkt eine blaupause mps a4 mit feuerstoßautomatik und alles ganz gut ich würde einfach sagen du nimmst mal das was du sagst klingt am besten dann nehme ich hier die beste ist auch am nächsten dran ja ich habe auch direkt man bekommt ja sofort deinen waypoint auch mit mein hat ja gut ja die sieht interessant aus eine weste haben wir noch nicht wirklich also ich persönlich habe noch keine wirklich ganz normale also auch da und westlichen schaden nicht auf dem weg können wir wahrscheinlich noch die mps mit feuerstoßautomatik mitnehmen das scheint eine ganz nette waffe zu sein so zugang zum dach finden das hatten wir doch schon irgendwie ach ja okay das heißt wollen wir da wieder hin also ging es hier durch den laden oder gab es dann du kannst mal in den laden reinschauen ich schaue mal in den hinterhof ich glaube das macht am meisten sinn wenn wir uns hier so gerade aufteilen so da ist zwar ein hinterhof aber geht derseits auch hin ja das schaut gut aus ja 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 du bist auch da da kannst dahinter bei dem haus wieder raus nämlich da bin ich und jetzt ist nur die frage wie kommt man hier hoch wieder reingegangen aber irgendwo irgendwo muss da wäre eine leiter es gibt es definitiv hier wie geht es da hoch ich probiere es jetzt einfach mal über den über die wohnung hier ich glaube hier noch mal hoch das kannst ja absolut weil da ist ein fenster was zerschlagen ist an hier ist auch eine tür aufmachen das ging vorher nicht und jetzt komme ich auch an die geschränke hier an oder einfache wanderhose und eine kaki hose ein wasser jetzt kommen wir hier raus ne ja genau ganz genau steuerung sagt hier schaut es aber auch aus wie so im lazarett mit bisschen blut und hier katheter und alles nicht schön ein knopf drückt den knopf drückt den knopf an deine must erreichen ich hasse sowas wo ich laufen muss wo ist denn der ja wir wissen glaube ich ja wo ist der wenn er jetzt einfach hin alles ja ja ich mache das jetzt auch mal eigentlich müsste man genug zeit haben ist jetzt natürlich die frage ob der antenne must wenn er jetzt auf dem dach ist ne dann spuck ich auch das auf dem dach das war irgendwo über die frage das war der hinterhof wo wir gerade ebenso gesehen schon war wie kommt man da jetzt hoch also da gibt es eine brücke ja ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen noch mal rein und dann über das eine dach zum anderen dach so hat es zumindest gefühlt ausgesehen du kannst ja mal schauen ob und noch was wenn ich jetzt nämlich auf dem holzweg wäre hauptsache einer erreicht das ding erst mal nicht wirklich was aber ich glaube die tendenz ist hier schon richtig jetzt ist nur hier für weg alles klar darüber ich bin schon richtig ich habe ja nämlich auch gegner schön dass sondern dann sein zug war wo man direkt runter konnte ja wahrscheinlich hier rechts irgendwo rum oder was runter gesprungen warum schießt wieder noch nicht man kann ich kann auch durch solo wie sie gehen bei meinem skar ja ja ich konnte da hat er nur so der first person aber ist jetzt gerade auch egal so den bereich sichern alles klar schaffe ich die antenne wieder mit strom versorgen jetzt werden sie aber fordernd hier du wo er die antenne ist hier drin die frage ist nur wie kommt man da ran hier guck mal hier rüber über den roten naja sehr gut weil das rote ding da zack zack einschalten wieder füllt sehr nahe reparieren mein gott so konsole benutzen hey level up 9 ptm ptm blau pause für die weste stupe 9 erreicht eigentlich gleich die blau pause mp5 a4 mit feuerstunde automatik machen jup macht das einfach mal den web und ich folge kommt man von hier aus irgendwo auch leicht runter gut runter kommen ja da geht's da geht's runter und jetzt kann man hier leichter fall schaden aber der ist noch verschmerzbar jetzt nehmen wir den seilzug wieder sehr gut die war die war einfach aber aufgrund dessen des merkwürdigen wegs haben uns kurz in die irre leiten lassen war ja fast schon wie so eine typische hier hast du die regel gib mir turnschuhe oder agenten agenten spur entdeckt ja ich habe auch eine spur ja aber da würde man sozusagen dann nördlich nachfolgen müssen scheiber und dann diese diese verräterischen agenten die man da jagen kann auch irgendwie ne die sind ja die sind doch eigentlich nur ein dachs und dachte ich aber das gäbe auch so so an sich noch mal extra was ist wo ich hab da nichts was ist hier die blaues technik kamera habe ich nix irgendwas über mir doch doch ist auf der karte eingezeichnet straßensperre straßensperre die mache ich doch weg ich schieße halt zweimal daneben aber wenn du festgesetzt bist oder noch mehr auch der hatte wahrscheinlich ein paar granaten im rucksack bin schon wieder dass sie lösen jetzt mein gott da drüben was kann man denn da an der konsole machen konsole benutzen ich benutze einfach mal wie im museum einfach mal alles drücken ja im checkpoint verteidigen okay von wo aber von da alles klar war nicht durchs auto durchschließen eigentlich müsste ich mit der an ohne alles aus machen ich schon weg mache ich weg wo denn jetzt wieder da wieder noch eine kommt her mein gott wie viel hältst du denn aus da kommen sie meinen unsere jungs sehr gut sicher als flügel güter gab es dafür auch immer schön wo muss man sind ob man es richtig er will auch möchte ich wieder lang ich habe irgendwie gefühlt keinen waypoint gerade mehr ich habe hier so eine nachschub abwurf zu erreichen sollen wir das mal machen oder sagen wir ist das falsch neues ziel hast jetzt neues ziel gemacht ich habe nichts gemacht das kam gerade von selbst verteidigen wurde also ich komme einfach zu mir bei dir ja dann machen wir das ist ja gerade so mehr so free to play also wie gesagt da kommen irgendwelche wir müssen es verteidigen ich bin hier einfach lange gegangen und habe die aufgabe bekommen aber scheiße sorry my bad wir müssen verteidigen ich habe jetzt eine ganz gute position wenn ich wieder runter kommen die sie mir in die fresse ganz schön ganz schön ich habe seitlich der gute mann so erwischt so jetzt noch mehr und mehr gegner sieht so aus gefühlt ist gerade überall auf der karte rot da oben scheinbar von real muss man natürlich auch wissen jungs und mädels hier vor allem dass die wahre sind zieht ort auch immer wechselt irgendwie hätte wir so danke so das müssen wir da uns wieder da unten ich könnte es ja hatte den straß aus absolut so okay sehr schön so kommt jetzt noch irgendwas oder haben wir jetzt langsamer verteidigt dann mitnehmen hier noch sport umsack neues ziel verteidigt noch wieder da oben ja was hier noch gewesen ich brauche dich unbedingt ja ich komme wir sind aber auch ein bisschen fix nach hier gibt es noch mal ein seil dann kann ich hier schnell hoch da muss man so lange hinlaufen abgeschlossen war es auch nötig weil ich habe langsam die munition wird immer weniger das ist mal gut du fühlte jetzt nach man muss irgendwie aktivieren ich habe aber er nimmt irgendwie gefühlt bei mir ich habe immer noch 36 von 198 schuss ich weiß jetzt nicht ob es vielleicht ein bisschen mehr geworden ist aber ich hatte aufgefüllt bei mir ist so wie es aussieht nicht aber wein oder er lädt nur das auf was du verschießt keine ahnung ich muss mir gleich noch mal durchlesen telefon hallo telefon telefon belästigung stöhnen oder war doch auch gerade das böse übrigens die nehmen sie und die wir machen wollten das war die vermisste agent da ist so eine marke habe ich hier ja den habe ich gerade hingesetzt da wohl mir das hat sagt dass ich hinlaufen soll mir sagt er ganz woanders dass ich ganz woanders lang laufen sollte okay dann schauen wir mal wer zuerst da ist naja ich sage mich jetzt hier einfach runter weil ich bin jetzt schon hier wie was ich bin auch hier bei dem ach nee das war der man jetzt bei den vermissten agenten ziel enden spur entdeckt worte agenten ich mache irgendwie auch gerade irgendwas analysieren ort agente agenten ja das habe ich hier lustig hier oben das bei mir auch da sagt jetzt in die richtung ja und mir sagt dann nach nord so in deine richtung und da habe ich eine neue agenten spur sehr witzig laufen jetzt in zwei verschiedene agenten spuren ich habe glaube ich bin mir sagt das habe ich rechts einen neuen beweis gefunden das war's warte mal ich habe hier auch was weiß ich wieder analysieren du kommst das wahrscheinlich doch ich wollte sagen komme ich jetzt so doch zu dir ja aber jetzt gehe ich dem nach und du hast scheinbar witzig ist das safe aus ah cool ja ich glaube das ist jetzt exakt wirklich genau dass ich deinen spuren nachlauf weil ich bin ich von 0 0 4 von 5 und nach tanken hier ja tatsächlich funktioniert dann meinen meinen nachladen so dass er das was du da ad hoc nachlädst sofort wieder auffüllt also erfüllt nicht dein inventar auf sondern schießt dann in dem zeitpunkt wo das steht oder in der zeit wo das steht schießt dann warum sonst alles klar ok also ohne munitionsverbrauch ja ok ist ja eigentlich auch für die folge oder ja wenn ich eigentlich auch ganz passen gerade ja mal gucken was als nächstes machen könnten aber das kann man eigentlich auch auf screen machen manchmal genau würde ich sagen deswegen ja war wie immer ein fest schön dass ihr dabei wart danke rio bis zum nächsten mal